Na, Tag gesagt und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin heute in der Nähe von Neubrandenburg und besuche Paul und sein Kumpel. Der hat nämlich eine sehr schöne Erfindung gemacht. Wir sehen schon hier im Hintergrund, es ist ein Mondfahrzeug, ja? Ja, kann man fast so sagen. Es ist ein Suncruiser. Gerade für Junggesellenabschiede und andere feiern, kann man den gut nehmen. Der ist unterwegs, der ist mit dem Mobil, der ist mal unterwegs mit. Und das habt ihr quasi erfunden auch? Das habt ihr euch selber ausgedacht und gebaut? Genau, den haben wir beide zusammen entwickelt und nach den Plenern halt auch gebaut, den Wagen. Und wie kamt ihr auf diese Idee, lasst mich raten, ihr habt Schnaps getrunken? Ja, also wir bauen schon seit 2013, zu herren Tag immer einen Bollerwagen. Und das ist jetzt ein bisschen ausgeartet und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, da kann man nochmal ein bisschen mehr mitmachen. Und aus dem Bollerwagen wurde dann nachher der Suncruiser. Ja, und wenn man sich das anguckt, da ist ja jede Menge, wenn man das hier aufmacht. Hier ist, guck mal, ich sehe da schon ein Zapfhahn, ja? Genau, hier ist Platz für Bier, also da passen zwei 15 Liter Fässer Bier rein. Und was haben wir noch? Ja, wir haben hier so eine kleine Steuerzentrale, wo man, der Wagen fährt elektrisch, also da muss nur einmal dabei sein. Und den Lenken, Vorwärtsgang, Rückwärtsgang, der fährt so knapp unter 6 kmh. Wir haben hier eine Unterbohnenbeleuchtung, eine Hupe. Oh ja, eine laute Hupe, ja. Eine laute Hupe, ja. Ja, und das ist natürlich nicht alles. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Musik hören, das will ja keiner selber singen. Hier ist eine Anlage drinne und unterwegs, wenn man ein Bier trinkt und vielleicht einen kleinen Schnaps, dann hat man auch Hunger. Ja, deswegen haben wir auch noch einen Grill. Ah, ja. Das ist unsere Eigenkonstruktion. Wir haben zwei Grillplatten. Einmal für Bratwürste, einmal für Steaks. Und die Grillplatte kann man dann quasi nach vorne ziehen, die für Steaks. Und dann kriegt man halt die perfekte Bratwurst und das perfekte Steak. Und damit im Sommer auch alles schön kühl bleibt, haben wir hier auch noch einen Kühlschrank für unterwegs. An alles gedacht, ja? An alles. Und das heißt, da kann man euch dann jetzt quasi anmieten und ihr kommt dann mit dem Teil rum und dann kann man so, ja, Herrentag ist ja nur einmal im Jahr, aber es geht dann auch für andere. Genau. Ob das der 30. Geburtstag ist oder Oma wird 80, das ist komplett egal. Man kann uns mieten, wir kommen und dann geht die Party los. Man braucht sich um nichts kümmern. So Junggesellenabschiede stelle ich mir auch nochmal ganz gut vor. Ah, das ist auch, ja, ganz klar. Ob Frau oder Mann, wir können auch Sex zapfen, das ist egal. Sehr gut. Also das ist doch mal eine gute Idee. Dann meldet euch, wenn ihr das schicke Teil auch mal ausprobieren wollt. Hier unten seht ihr dann mal den Kontakt zu den beiden. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020